Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zurück zu Charles Fleischauer geheimnisvolle Geschichte heute wirklich eine sehr schöne Sendung mit mir im Solo eine Sendung auf die ich mich schon seit sehr sehr langer Zeit freue und ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht warum ich sie nicht schon längst gedreht habe es geht mal wieder um ein deutsches Thema um ein Thema was mit unserer deutschen Vergangenheit unserer schönen Geschichte zu tun hat es geht um das Volk der Sachsen und viele von euch haben natürlich den Begriff Sachsen schon unzählige Male gehört wissen aber wahrscheinlich gar nicht was es damit wirklich auf sich hat wer dieses Germanenvolk war wer waren diese Sachsen was haben die in der Welt eigentlich bewirkt und was ist ihr kulturelles Erbe von dem wir noch heute zehren Ja einmal vorweg für alle die im Bundesland Sachsen leben weil ich weiß da habe ich einige Zuschauer ich selbst bin ja auch in dieses Bundesland gezogen und sehr glücklich hier Das historische Volk der Sachsen hat leider muss ich jetzt schon fast sagen nichts aber auch wirklich nichts mit dem Bundesland Sachsen zu tun Das Bundesland Sachsen trägt diesen Namen weil der Name durch dynastische Heiratspolitik praktisch innerhalb des Heiligen Römischen Reiches irgendwann mal nach dem Mittelalter gewandert ist Ja da hat ein Adelsgeschlecht diese Region die heute Sachsen heißt übernommen das hieß soweit ich weiß früher vorher Meißen und da ist dieser Name rüber gewandert Die Sachsen von denen wir heute sprechen werden sind ein Volk der Spätantike der Völkerwanderungszeit des Früh- und Hochmittelalters und dieses Volk hat primär im heutigen Niedersachsen gelebt Das ist eigentlich die Region so ungefähr und Teile Schleswig-Holsteins wo das Volk der Sachsen herkommt oder seine Heimat hat dieses Volk geht es in der Forschung nennt man diesen Volkstamm auch Altsachsen um eben diese alt oder ursprünglichen Sachsen von dem Bundesland Sachsen zu unterscheiden Und interessanterweise haben diese Altsachsen ihren Namen in gleich vier Bundesländern hinterlassen Also da merkt man schon was für ein Gewicht dieses Volk innerhalb Deutschlands eigentlich hat dieser Volksstamm Wir haben wie gesagt das Bundesland Sachsen wo der Name mal rüber gewandert ist wir haben Sachsen-Anhalt wir haben Niedersachsen die eigentliche Urheimat dieses Volkes Und wir haben Nordrhein-Westfalen und Westfalen dieser Begriff Falen gehört auch zu den Sachsen denn die Falen sind ein Unterstamm der Sachsen Das heißt in einem Viertel aller Bundesländernamen stecken die Sachsen drin und auch in England das wäre jetzt der zweite Bereich wo die Sachsen mit zu tun haben gibt es noch mehrere Regionen deren Namen auf die Sachsen hindeutet Das heißt uns begegnet der Name der Sachsen immer wieder wenn wir uns nordeuropäische Geschichte anschauen und die Deutschen in ihrer Gesamtheit werden gerade im baltischen Raum auch von mehreren Völkern zum Beispiel von den Finnen und auch den Estländern generell als Sachsen bezeichnet Das ist ganz interessant im französischen sind wir allemand im türkischen sind wir allemand ja das kommt von dem Volk der allemannen Das kommt von allem Männer das war ein Germanen Volk im heutigen Süddeutschland aber im Norddeutschland lebten wie gesagt die Sachsen Und deshalb haben die Völker die im Norden mit den Sachsen oder den Deutschen im Allgemeinen Kontakt hatten diese als Sachsen bezeichnet Und warum mache ich diese Sendung warum picke ich mir jetzt einfach so ein germanisches Volk heraus und bin der Meinung dass es so wichtig ist dass wir das zeigen Zum einen habe ich einen ganz persönlichen Bezug dazu ich habe mal aus Interesse bei einer Firma für die ich jetzt nicht Werbung machen möchte die in Irland sitzt einen Gentest gemacht Da geht es um die genetische Abstammung die man hat bezogen auf die letzten 500 bis 1000 Jahre und dann kriegt man so eine Auswertung das ganz interessant mit einer Karte wo dann so Regionen eingekreist sind wo die eigene DNA praktisch herkommt bei mir war das ganz spannend Weil ungefähr 60% meiner DNA aus Norddeutschland kamen 30% circa ich runde jetzt auf aus England und 10% aus Schweden ja die schwedischen Prozentzahlen sind relativ einfach zuzuordnen das waren dann Wikinger oder Schweden vielleicht im 30-jährigen Krieg oder danach nach Deutschland kam wer weiß Aber diese Region Norddeutschland und England hat mir zu denken gegeben weil das exakt die Regionen sind in denen das Volk der Sachsen gelebt hat Und demnach bin ich scheinbar sächsischer Abstammung und mache hier jetzt praktisch auch eine Sendung über mein ganz persönliches Urvolk oder die Volksgruppe von der ich genetisch zum größten Teil abstamme Und das ist dieser persönliche Bezug warum ich mich für das Thema begeistere es gibt aber natürlich auch noch einen kollektiven Bezug der mit euch allen zusammenhängt es geht um die deutsche Geschichte als solche Wir wissen ja alle ich habe es auch schon in der Sendung zur deutschen Mystik erwähnt dass diese Geschichte seit 45 in der BRD und vielleicht auch schon in der DDR aber dort nicht ganz so rabiat aber vor allem in unserem Staatsgebilde Da wird diese Geschichte verteufelt und sie ist verpönt es ist verpönt sich mit ihr auseinanderzusetzen und wer sich mit deutscher Geschichte befasst und das vor allem mit einer liebevollen Intention und Liebe im Sinne der Selbstliebe dass er das eigene entdecken möchte Der ist gleich schon in ein negatives Licht gerückt der bewegt sich irgendwie so am Rande zur Rechtsradikalität so wird man ja dargestellt und dem möchte ich immer und immer wieder entgegenwirken Und mir geht es nicht um einen chauvinistischen patriotismus ich halte mich nicht aufgrund meiner kulturellen oder genetischen Abstammung in irgendeiner Form für besonders oder anderen Menschen überlegen Wer meinen Kanal kennt weiß ja auch dass ich zu vielen Völkern und Kulturen Sendungen mache ich habe auch eine wertschätzende Sendung über Haiti mit Frank Stoner gedreht zum Beispiel Sondern es geht darum dass man das eigene für sich entdeckt und lieben lernt die eigene Identität Und wir haben ja in der Sprache es ist so schön ausgedrückt wir haben ein Vaterland und eine Muttersprache Das heißt unsere Sprache und unser Land sind praktisch unsere Eltern das sind die Eltern unseres Volkes die Sprache und das Land und das sind die Faktoren die uns als Menschen prägen und damit meine ich wirklich über Generationen über Jahrhunderte Die uns formen die auch unseren Geist und unseren Bewusstseinszustand formen und für mich ist diese Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte Ist das auch eine Arbeit oder ein Weg die eigene Ahnenreihe zu ehren indem man all das entdeckt was da ist wie eine Perlenkette Und ich möchte euch heute mitnehmen auf so eine ganz spannende Reise in diesen Bereich dass wir es zusammen einmal entdecken Wer waren unsere Vorfahren hier im Nordseeraum von Norddeutschland bis England Wer war dieses wilde Volk der Sachsen das schon von den Römern als Seeräuber gefürchtet wurde Das den Franken trotz ihrer großen Macht das Leben schwer machte und das immer wieder sich durchgesetzt hat Obwohl es auch von fremden Mächten unterworfen wurde und dann einige Zeit später immer wieder hoch kam Die Macht erlangt ein unheimlich starkes und kriegerisches Volk Mit einer ganz spannenden kulturellen Geschichte und wir können Deutschland nicht verstehen Wenn wir nicht die Sachsen verstehen denn die Sachsen sind natürlich nur ein Teilstamm Deutschlands Oder dem woraus Deutschland oder die deutsche Kultur entstand Aber sie sind einer dieser ganz ganz wesentlichen und wichtigen Stränge Und selbstverständlich in unserem verdummenden Schulsystem wird jungen Menschen dieser Teil der Geschichte nicht mehr vermittelt Aber wie gesagt, dem werden wir entgegenwirken und liebe Freunde, liebe Leute Lasst euch doch jetzt mitnehmen auf eine spannende Reise in die Welt des Frühmittelalters In die Welt unserer germanischen Vorfahren, in die Welt der Sachsen Ja und wir beginnen mal unsere Reise in die Welt der Sachsen mit dieser Karte Ich habe die jetzt mal vorweg rausgesucht, weil sie dabei hilft Klarheit zu gewinnen Wenn es um dieses Thema geht, Altsachsen und dann das heutige Bundesland Sachsen Was ja auch aus dem Königreich Sachsen hervorgegangen ist Und hier sieht man es einfach mal veranschaulicht auf einer Deutschlandkarte Oder einer Karte, die einen Ausschnitt Norddeutschlands zeigt Dort sehen wir dann einmal oben so ungefähr das Siedlungsgebiet der Altsachsen Beziehungsweise ihren Einflussraum Teilweise sind da auch noch westslawische Gebiete der Obodriten und in Mecklenburg Die dort jetzt zugerechnet werden Aber wir sehen zumindest diese schraffierte Linie Das ist wirklich der Bereich, wo das Volk der Sachsen gelebt hat Und wie gesagt, durch eine dynastische Namenswanderung zum Mark Meissen Im 16. Jahrhundert ist eben dann der Name in den mitteldeutschen Raum rübergewandert Nur, dass man das wirklich nochmal hier auch bildlich sieht, damit man es versteht, warum das so ist Wir sprechen heute natürlich über die Altsachsen Das heißt über den schraffierten Bereich, den man jetzt hier auf der Karte sieht Und auf dieser Abbildung ist das nochmal sehr deutlich Das ist so ungefähr grob, so ganz genau kann man das gar nicht sagen Das Gebiet, in dem die Sachsen gelebt haben Beziehungsweise wo heute noch der niederdeutsche Dialekt verbreitet ist Das umfasst hier jetzt auf dieser Karte auch noch Areale, wo dann die Friesen gelebt haben Und die Angeln und Obodriten Und das geht so alles so ein bisschen ineinander über Also die unter euch, die da sehr, sehr fit sind in dieser germanischen Frühgeschichte Die werden schon erkennen, diese Karte hier ist nicht ganz genau Darum geht es jetzt aber auch gar nicht Es geht jetzt ja erstmal darum, liebe Zuschauer Dass ich euch so ein Grundgefühl erstmal dafür vermittle, worüber wir hier eigentlich sprechen Und wir sprechen hier über die Sachsen Und das ist so ungefähr der Bereich, wo ihr Siedlungsraum lag Wo ihr politischer Einflussbereich war Wo sie sich sprachlich praktisch ausgebreitet haben Wo so der Kern des Sachsenlandes liegt Und man sieht schon, das ist im Prinzip das heutige Niedersachsen vor allem Und dann auch Schleswig-Holstein Und was wir hier auf diesem Bild sehen Ist die Rekonstruktion einer spätantiken Beziehungsweise frühmittelalterlichen Waffe Eines sogenannten Sachs Das Sachs bezeichnet in den nordgermanischen Sprachen so etwas wie ein langes Messer Oder vielleicht auch ein kurzes Schwert Und die Sachsen haben ihren Namen von dieser Waffe Hier auf dieser Abbildung sehen wir nochmal eine weitere Rekonstruktion Die wahrscheinlich auch historisch etwas treffender ist Und das Sachs ist so eine Art Kurzschwert oder sehr langer Dolch Mit einer Klinge, es ist einschneidig Und die Sachsenkrieger haben scheinbar diese Waffe getragen Oder sie war sehr, sehr verbreitet Zumindest in der Frühphase der sächsischen Geschichte Bei ihnen, sodass sie dann von ihren Nachbarn eben nach dieser Waffe benannt wurden Als Sachsen, als die, die einen Sachs tragen Man kennt das heute zum Beispiel noch aus Nepal In Nepal gibt es die Gurkas Das sind so auch sehr berühmte Bergkrieger Die heute in der britischen Armee dienen Und alle Gurkas, die haben so eine spezielle Waffe, die man Kukuri nennt Das Kukuri ist so eine, man hat eine krumme Klinge Ist eine Mischung eigentlich aus einem Beil und einem Dolch Sehr interessante Waffe Aber jeder Gurka und auch jeder traditionelle Nepali Trägt eigentlich diese Waffe, die Männer Und es gibt Kevin Kenz auch aus dem arabischen Raum Von Beduinenstämmen, die so gewundene Dolche tragen Das war bei vielen Kulturen früher so üblich Dass man eine ganz spezielle Waffe getragen hat Und im Falle der Sachsen war es jedenfalls dieses Sachs Und das nochmal so vorweg Um mal zu erklären, wo dieser Name denn eigentlich herkommt Und hier, das ist sehr schön Hier sehen wir mal so eine Rekonstruktion Wie die frühen Sachsen gelebt haben Das waren Waldbewohner Man muss sich vorstellen, Norddeutschland Das war eine Region, die eigentlich nur aus Wald Und Mooren und Sümpfen und Flüssen bestand Es ist ja ein flaches Land Es ist kein Bergland Es ist ein Land, was an die Nordsee grenzt Und das dicht bewaldet war Und die Sachsen lebten eigentlich in kleinen Siedlungen In solchen Gehöften mitten im Wald Wir haben es hier wirklich mit einer Waldmenschen- und Seefahrerkultur zu tun Dass man das einfach mal verstanden hat Unsere Ahnen waren verwurzelt mit dem Wald Haben im Wald gelebt Und das sind halt diese typischen sächsischen Langhäuser Auch mit einem Reetdach, so wie es ja auch noch heute In Niedersachsen oder Schleswig-Holstein zu finden ist Das hier ist nochmal so eine andere Rekonstruktion Eines sächsischen Langhauses Und das wollte ich euch einfach nur mal zeigen Bevor wir jetzt so näher in die Geschichte eingehen Um so ein bisschen mal einen Eindruck davon zu geben Wie diese Menschen gelebt haben Sie haben tief im Wald gelebt Und an den Küstenregionen Und das, was landschaftlich ihre Seele, ihren Geist geprägt hat Das waren primär der Wald und das Meer Anders als jetzt vielleicht im süddeutschen Raum Wenn wir jetzt von den Bayern reden würden Den Bayowaren Dann wären es natürlich auch die Berge gewesen Die prägend waren Aber das kann man jetzt für die Sachsen nicht wirklich sagen Ihr Siedlungsraum reichte natürlich auch so ins Harzvorland rein Aber primär waren es Bewohner der norddeutschen Tiefebene Und der damals dort vorhandenen Wälder und Moore Das ist auch nochmal schön Hier hat man das so rekonstruiert Wie dann vielleicht so ein sächsisches Dorf ausgesehen haben mag Und in diesen Langhäusern Da sieht man das auf dieser Abbildung auch Die waren so unterteilt in verschiedene Bereiche Da gab es einen Wohnbereich mit einer Feuerstelle Und dann im hinteren Bereich die Stelle Die Menschen haben auch mit ihrem Vieh in einem Haus gelebt Und auch das hat natürlich ihre Persönlichkeit, ihre Seele geprägt Diese enge Verbindung zu ihren Tieren Und besonders heilig und wichtig bei den Sachsen waren die Pferde Noch heute ist es so, dass an Giebeln, an so alten Fachwerkhäusern Solchen Bauernhäusern, wie wir sie in Niedersachsen finden Pferdeköpfe aus Holz geschnitzt sind Und in älterer Zeit hat man bei dem Bau eines Hauses Einen echten Pferdekopf dort noch mit verbaut Und das Pferd ist ja auch heute noch das Wappentier von Niedersachsen Das Pferd ist das alte heilige Tier, das weiße Pferd des Sachsenvolkes Was wir hier auf dieser Abbildung sehen Ist die sogenannte Sachsenküste Auf Lateinisch Litos Saxonicum Und das hat folgende Bewandtnis Die Sachsen werden historisch erstmal greifbar in der Spätantike Um 150 nach Christus werden sie von dem in Ägypten wirkenden Autor Ptolemäus Das erste Mal als überhaupt als ein Stammesverband erwähnt Und die nächste Erwähnung in römischen Quellen Die ist dann so um 285 Und da werden sie als Seeräuber finden sie dort Erwähnung Und es scheint wohl so gewesen zu sein Dass die Sachsen, die ja dort im heutigen Niedersachsen und Schleswig-Holstein ansässig waren Sich viel als Seefahrer betätigt haben Und vor allem als Seeräuber Und weil die damaligen Schiffe noch nicht in dem Maße hochseetauglich waren Wie wir das heute kennen Ist man vor allem die Küsten entlang gesegelt, könnte man sagen Und gerudert Und die Sachsen haben sich dann hier ganz massiv als Seeräuber betätigt Weil natürlich im römischen Reich Gallien war römisch Britannien war römisch Da war natürlich reiche Beute zu holen Da war ja Wohlstand Da war ja eine hochentwickelte Zivilisation Und das war dann natürlich Ziel der sächsischen Raubzüge Das bedeutet In der Spätantike machen die Sachsen eigentlich genau das Was später die Wikinger machen Nur Jahrhunderte früher Also die Sachsen sind Könnte man sagen Im nordgermanischen Raum die Vorläufer der Wikinger Was auch spannend ist Weil die Wikinger Dann ganz ähnliche Ziele teilweise haben Wie die Sachsen Nur halt einige Jahrhunderte später Und die Sachsen plündern jetzt also regelmäßig oder überfallen Praktisch die Küsten Nordgalliens Des heutigen Nordfrankreichs und auch Belgiens Und die britischen Küsten Und die Römer reagieren darauf Indem sie eine ähnlich wie der Limes So eine Festungsanlage bauen Jetzt ist es aber so Beim Limes in Deutschland Oder beim Hadrianswall Der auch in Britannien ist Der praktisch das britische Das römische Britannien Vom piktischen Schottland abgetrennt hat Da ist es relativ einfach Wenn man sich auf dem Land bewegt Und auf dem Land kann man einfach eine Mauer mit Türmen bauen Aber wie will man jetzt eine Küstenregion absichern Und da haben die Römer Direkt an der Küste Also wirklich praktisch am Strand Kastelle Spätantike Burgen gebaut Militäranlagen Und die waren Stützpunkte für kleine Garnisionen Die in der Lage waren Wenn jetzt irgendwie ein sächsischer Truppenverband irgendwo landet Den abzufangen Und auch für kleine Flottenverbände Die Sachsen sind das muss man dazu sagen In dieser Zeit nicht mit großen Armeen dort eingefallen Wir reden wirklich von Nadelstichen Von kleinen Überfällen immer mal wieder Und dementsprechend waren auch diese Garnisionen und Flottenverbände der Römer klein Die Bedeutung dieser Festungsanlagen ist in der Forschung umstritten Oft sind die am Strand oder an Flüssenmündungen Manche Forscher sagen auch Nein, es ging gar nicht um die Abwehr der Sachsen Es ging einfach nur darum Den Handel zu kontrollieren Dass man einfach ein Kastell dort hat Jetzt zum Beispiel an der Mündung der Temse Und kontrollieren kann, wer dort reinfährt Und wer nicht Das ist strittig Ich persönlich denke, dass es aber auch um die Abwehr der Sachsen geht Denn die waren sicherlich Nicht ohne Grund als Seeräuber bekannt Und haben ja dann auch später Militärisch großen Einfluss auf Britannien genommen Ganz spannend ist Dass es wohl so zu sein scheint Und das ist mal wieder so bezeichnet Eigentlich für die hochentwickelte Kultur der Römer Dass die Kastelle auf den britischen Inseln Und die auf dem Festland in Gallien Immer parallel zueinander angelegt sind Also es gibt immer ein gallisches Kastell Und auf der gegenüberliegenden Seite in Britannien Dann ein britannisches Kastell Und wie das Konzept wirklich war Wie diese Abwehr der Piratenangriffe genau funktioniert hat Weiß man nicht Aber es ist schon mal interessant Dass man parallele Festungen entlang beider Küstenlinien hat Und es damit praktisch wie Hat das gewirkt wie eine Zange Wenn man sich jetzt vorstellt In jeder Festung war auch ein kleiner Flottenverband Also man konnte dann womöglich angreifende Sachsen Von beiden Seiten irgendwie abfangen Aber man sieht schon Einfach daran, dass die Römer sich Diese enorme Mühe gemacht haben Hier dieses Festungswerk zu errichten Wie groß doch die Sachsenbedrohung gewesen sein Und wir reden hier von einer Zeit Wo das Römische Reich Noch wirklich in seinem Saft stand In seiner Kraft stand Wirklich eine militärische Großmacht gewesen ist Zwar mit vielen Problemen Und es begann schon die Völkerwanderungszeit Aber nichtsdestotrotz Das war noch wirklich eine Hausnummer Und die mussten sich so massiv Vor diesen Sachsen schützen Und es haben auch Sachsen entlang Dieser sogenannten Sachsenküste gesiedelt Es ist belegt, dass zum Beispiel in der Normandie Dass es auch dort sächsische Siedlungen gab Was wiederum auch interessant ist Weil die Normandie das Gebiet in Gallien ist Oder dann im Westfrankenreich Wo Jahrhunderte später Sich auch Wikinger die Normannen ansiedeln Das heißt, diese Normandie war sogar noch In vornormannischer Zeit Ein Gebiet, wo germanische Sachsen Eingesickert sind Das heißt nicht, dass sie dort Die Bevölkerungsmehrheit gestellt haben Ganz im Gegenteil Aber es gab vereinzelte Siedlungen Es gibt auch Berichte Aus römischen Quellen Dass es vereinzelte Sachsen gab Die als Söldnerverbände In der römischen Armee gedient haben Und sich dann auch irgendwo In Gallien niedergelassen haben Also einen sehr geringen Einfluss der Sachsen Gibt es auch praktisch in Frankreich Aber das ist wirklich sehr früh Und sehr wenig Aber sie haben zum Teil auch in diesem Gebiet gesiedelt Und wir können ja mal weiterschauen Auf dieser Karte Dann sehen wir hier noch eine mittelalterliche Abbildung Und zwar sind das diese Kastelle Die im Mittelalter noch erhalten sind Diese Römerkastelle Entlang der Sachsenküste Die haben dann natürlich ihre Bedeutung gewandelt Irgendwann haben ja die Sachsen Britannien auch besiedelt Das werde ich gleich noch erklären Und dann hat sich natürlich Und das römische Reich ist verschwunden Aber die Bauwerke sind noch geblieben Und die wurden dann immer wieder umgebaut Und dann neue Anlagen drauf gebaut Aber es ist entlang eigentlich der britischen Küste Gibt es noch immer Reste Dieser alten Kastelle zur Sachsenabwehr Und was wir hier sehen Das ist jetzt ganz interessant Das ist eigentlich der Beginn der englischen Geschichte Wenn man so will Das ist das Stadtwappen der Stadt Bünden In Niedersachsen Da gibt es eine kleine Stadt Bünden Und die heißt Bünden Weil dort ein Bündnis geschlossen wurde Und wir sehen hier diese beiden Krieger Die hier abgebildet sind Das sind zwei sächsische Stammesfürsten Könnte man sagen Zwei Warlords würde man neudeutsch sagen Hengist und Horsa Und Hengist und Horsa Die schließen jetzt diesen Bund Sie sind auch in den Quellen als Brüder beschrieben Manchmal auch als Zwillinge Und die fahren dann mit ihrer Flotte los Nach Britannien Und werden dort schließlich Die Insel erobern Oder das was heute dann England ist Nicht die ganze Insel Die werden gerufen Also es ist jetzt auch sozusagen Die Zeit der Arthus Legende Ja wir wissen ja König Arthus ist so der letzte Und das ist eine halb historisch Halb mythologische Gestalt Muss man ja dazu sagen Der letzte Militärführer der Britannia Der Erfolg hat Oder die Britannia noch unabhängig war Jetzt muss man dazu sagen Wer sind jetzt diese Britannia Die die Insel Britannien war Überwiegend von Kelten bewohnt Außer im Norden Wo die Pikten leben Die waren keine Kelten Und als jetzt die Römer dahin kamen Bildete sich eine romanisch-keltische Mischkultur Genau wie auch in Gallien Dem heutigen Frankreich Und als das Römische Reich Zusammenbrach Da haben die Römer Irgendwann ihre Truppen Ihre Religionen abgezogen Und diese Kelto-Römische Britannische Bevölkerung Die dort war Die war hilflos Die hatten ja praktisch keine Armee mehr Die sie beschützt Und dann fingen die Völker Aus dem Norden Aus dem heutigen Schottland Die Pikten an Die immer wieder zu überfallen Und da haben sie sich Die Britannia An die Sachsen gewandt Ja die Sachsen waren ja wie gesagt Als Seeräuber Ist schon bekannt Und gefürchtet An ihren Küsten Und da haben sie die Sachsen gebeten Ob die nicht Truppen stellen könnten Als Söldner Sachsen waren ja auch schon öfter Söldner Im römischen Dienst gewesen Um diese Pikten aus dem Norden Abzuwehren Und das haben die Sachsen Dann eine Zeit lang gemacht Und irgendwann haben sie gemerkt Eigentlich können wir diese Insel auch erobern Und dann gab es noch Der britischen Legende Nach König Arthus Der die Sachsen eine Zeit lang Abgewehrt hat Oder noch über sie triumphiert hat Aber in der echten Geschichte Ist es so Dass das heutige Das römische Britannien Von den Sachsen Im Verbund Noch mit den Germanenvölkern Der Angeln und Jüten Erobert wurde Und sich dort Königreiche bildeten Und in der Stadt Bünden Wo jetzt diese Fürsten Hengist und Horsa Ihren Bund schließen Beginnt diese Eroberungsgeschichte Deshalb liegt Der Anfang der englischen Geschichte In Niedersachsen Es ist sehr umstritten Ob Hengist und Horsa Historische Persönlichkeiten sind Es ist genau wie König Arthus Es ist Wahrscheinlich gibt es irgendwo Einen historischen Kern Und wahrscheinlich ist ganz viel Mythos Der Legende nach Haben sie von den verschiedenen Kleinkönigreichen Die sich dann Im heutigen England bilden Das Königreich kennt Gegründet Man muss jetzt aber dazu sagen Es gab in der Geschichte Häufig So eine Zwillingserzählung Ja Rom Wurde beispielsweise Von den Zwillingen Romulus und Remulus Gegründet Es gibt Kein und Abel In der Bibel Es gibt die Dioskuren Dass man eine Gründung Auf so ein Zwillingspaar Zurückführt Ist öfter in der Geschichte Vorgekommen Und das würde dafür Sprechen Dass die beiden Vielleicht mythologische Figuren sind Ein Hinweis Darauf geben uns Auch ihre Namen Hengist Das ist Da steckt das deutsche Wort Hengst drin Der Hengst Und Horsa Das auf Englisch Pferd Horse Also das Horse Das Pferd Und der Hengst Ich hatte ja schon erwähnt Dass die Pferde Bei den Sachsen Heilige Tiere waren Und eine ganz besondere Bedeutung hatten Und insofern wäre es Nicht überraschend Wenn dann so Halbmythologische Heroen An 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 diese Pferdemythologie Erinnern Hengist Der Hengst Und Horsa Das Feld Im heutigen Niedersachsen Gibt es zum Beispiel Auch noch eine kleine Ortschaft Südlich von Hamburg Harsefeld Harsefeld Das Wort Harse Bedeutet auch Pferde Wieder verwandt Mit dem englischen Horse Das kommt daher Dass das die Sprache Die man in Norddeutschland Gesprochen hat Das Niederdeutsche Oder Plattdeutsche Ganz eng verwandt Ist Mit dem Altenglischen Durch diese gemeinsame Sächsische Abstammung Und hier Auf dieser Karte Da sehen wir dann In verschiedenen Abstufungen Eigentlich Was jetzt Die Sachsen Im Verbund Mit den Angeln Und Den Jüten Was die dort In römischen Britannien So eigentlich Erobern Und was die dort Dann auch Für Staaten Gründen Und das Das ist ein sehr dynamischer Prozess In der Spätantike Und im Frühmittelalter Da sind diese Grenzen Ständig in Bewegung Diese Herrschaftsräume Durch permanente Kriege Permanente Eroberungen Heiraten Verbindungen Das ist Nicht sehr statisch Wir sehen aber Das ist besonders interessant Dass die Sachsen Sich vor allem Im Süden Englands Niederlassen Und die dortigen Grafschaften Den tragen Oder Regionen Tragen noch heute Diese Namen Wessex Westsachsen Sussex Südsachsen Und Essex East Ostsachsen Es gibt Es gibt Darüber hinauf Aber auch noch Die Angeln Und Jüten Die sich dort Niederlassen Angeln Und Jüten Das sind Germanen Völker Die mehr aus dem Raum Schleswig-Holstein Und Dänemark Stammen Das heißt Die Eroberung Englands Ist nicht jetzt Allein ein Werk Der Sachsen Aber die Sachsen Sind die politisch Stärkste Kraft Die Angeln Beispielsweise Gründen dann noch Das Königreich East Anglia Ostangeln Oder Märzien Oder Mörsche Auf Englisch Und da gibt es noch Northumbria Und die Britische Bevölkerung Die dort vorher war Diese Kelten Und Römer Und Kelto-Römer Gemischt Die werden immer mehr Nach Osten Geschoben Entschuldigung Nach Westen Die werden nach Westen Der Insel geschoben Und das ist jetzt Interessant Im Mittelhochdeutschen Also dem Deutsch Was im Mittelalter Zumindest in den Südlichen Regionen Deutschlands Gesprochen wurde Da gibt es Ein Wort für Franzosen Die Franzosen Heißen dort nicht Franzosen Sondern man Bezeichnet Völker Die eine romanische Sprache sprechen Also auch die Italiener Würde das auch Zutreffen Also Sprachen Die vom Lateinischen Kommen Als Welsche Dieses Wort Welsch Gibt es in unserer heutigen Sprache Nicht mehr Aber die Germanen Oder die Frühen Deutschen Haben ihre Romanische Oder Kelto-Romanischen Nachnamen Welsch genannt Es gibt auch Im Deutschen Dann gab es später Mal so eine Verbrechersprache Das Rotwelsch Nannte die sich Wäre auch mal Ein interessantes Thema Und als jetzt Wie gesagt Die Sachsen Und Angeln Und Jüten Nach Britannien Kommen Bezeichnen sie Weil sie ja Germanen sind Die ansässigen Kelto-Romanen Ebenfalls Als Welsch Und da kommt Das Wort Wales Her Wales Sind die Welsch Das ist Ganz interessant Das mal Zu Analysieren Ist auch Interessant Diese Bezeichnung Für die Romanen Welsch Oder Wales Oder Welsch Die ist sogar Bis ins Polnische Gewandert Die Polen Sind zwar Eine Slawische Nation Aber Auf Polnisch Heißen Zum Beispiel Die Italiener Wache Und die Wache Da habe ich mich immer gefragt Wieso heißen die so Das haben die Polen Mal von den Deutschen Übernommen Für Welsche Also das findet man So Spuren Dieser altgermanischen Geschichte In ganz Europa Ich wollte es an dieser Stelle Nur mal erklärt haben Wieso heißt Wales Wales Weil die ankommenden Sachsen Das so genannt haben Diese Sachsen Angeln Und Jüten Gründen dort Jetzt Sieben Königreiche Das sind Wessex Sussex Essex Mercia Northumbria East Anglia Und Kent Und Irgendwann Am Ende Des Frühmittelalters Also wo schon das Richtige Mittelalter Beginnt Kommt auch die Zeit Der Wikinger Einfälle Und die Wikinger Die England Erobern Kommen Aus Dänemark Die werden dort Auch als Dänen Bezeichnet Und auf der rechten Karte Sehen wir dann Dass die einen großen Teil Englands erobern Und dieses Gebiet Nennt man Danelag Das Danelag Und die erobern Alle dieser Königreiche Werden unterworfen Bis auf eins Nämlich Wessex Das ist dieses kleine Königreich Hier heißt es Westsachsen Oder Wessex Was Ja Unten im Südwesten Liegt Und Wessex Hat einen Besonderen König Alfred Also heute wäre das Alfred Aber damals ist es Alfred Oder Alfred Es wurde ja ein bisschen Anders ausgesprochen Und der leistet Widerstand Und schafft es dann Nach und nach Verschiedene Gebiete Von den Wikingern Zurück zu erobern Und unterwirft dann praktisch Auch die anderen Sächsischen Und von den Angeln Herkommenden Königreiche Und das ist dann Noch ein längerer Prozess Bis zu seinem Sohn Athelstan Bis dann letzten Endes England als ein Königreich Geeint ist Und der Name England Kommt von den Angeln Und im Rahmen Dieses Prozesses Bildet sich Eigentlich aus diesen Germanen Völkern Die Wikinger Aus Dänemark Mit eingeschlossen Eine neue Ein neuer Mix Aus Völkern Und das sind Die Angelsachsen Oder was dann später Die Engländer wird Und man kann Ab da Eigentlich zwischen Angelsachsen Also britischen Sachsen Mit den anhängenden Völkern Und Altsachsen In Deutschland Unterscheiden Aber es sind Beides Die beiden Stränge Der selben Volksgruppe Das heißt Diese sächsische Geschichte Vollzieht sich Zum einen Im deutschen Raum Und zum anderen In Britannien Und sie verbindet Deutschland Mit Britannien Und diese Verbindung ist stark Auch bis heute Und das macht es So interessant Also die Geschichte Der Sachsen Spaltet sich Wie so ein Y In diese beiden Stränge auf Könnte man sagen Und hier sehen wir Nochmal Alfred den Großen Was jetzt auch Wichtig ist Zum Verständnis Die Sachsen Die britischen Insel Christliche Sachsen Man könnte fast schon sagen Basisdemokratische Versammlungen Den Thing Das gibt es auch noch In Island Bei den Wikingern Später Den Thing Das sind Oder Thing Das sind Versammlungen Wo die Stammesältesten Die Führer Aber die Krieger Vielleicht auch teilweise Das niedere Volk Zusammenkommen Und Politik betreibt Wir dürfen uns das Natürlich nicht so Vorstellen Wie eine moderne Demokratie Also kein Verlogenes Parlamentarisches System Sondern sehr direkt Die Menschen Haben sich gekannt Es waren ja auch Nicht so viele Haben gesehen Mit wem sie dort Zu tun haben Haben politische Entscheidungen getroffen Und haben im Falle Von Kriegen Dann Herrführer Und Anführer Gewählt Die auf Zeit Die Macht Hatten Also teilen sich Die Sachsen Jetzt auf In Britannien Gibt es Königreiche In Deutschland Gibt es eine Art Ich nenne es mal Urdemokratie In Deutschland Sind die Sachsen Heidnisch In Britannien Werden sie christlich Insofern gibt es Dort schon Praktisch Ja eine kulturelle Auseinanderentwicklung Trotzdem Sprachlich Bleibt das noch Ganz lange Zeit Gleich Das muss man sich Einmal Vor Augen führen Man hätte Von der Region Wo heute Hamburg liegt Nach England Fahren können Und man hätte Dieselbe Sprache Gesprochen Ein Mensch Aus Norddeutschland Hätte sich mit einem Menschen Aus England Ohne Probleme Verständigen können Er hätte aber Probleme gehabt Sich mit einem Bayern zu unterhalten Also Ethnisch Kulturell Und sprachlich Waren die Bewohner Englands Den Bewohner Norddeutschlands Näher als die Bewohner Süddeutschlands Das ist auch Interessant Und das macht Die Sachsen Irgendwo auch zu So einer Verborgenen Großmacht Weil sie halt Wie gesagt In verschiedenen Bereichen Europas Leben Und einen Kulturellen Großraum Eigentlich bilden Als jetzt Diese ganzen Sachsen Dann Nach Britannien Ausgewandert Sind Da Kann man Archäologisch Nachweisen Dass es im Kernland Im heutigen Niedersachsen Einen starken Rückgang Der Bevölkerung Gab Und das Führte dazu Also einfach Aufgrund der Auswanderung Ja Das war im Zuge der Völkerwanderungszeit Das führte Aber dazu Dass natürlich Das sächsische Kernland Politisch Geschwächt War Das hatte Jetzt einfach Weniger Bewohner Weniger Wirtschaftskraft Weniger Krieger Und war Eine ganze Zeit Dadurch Vielleicht In seiner Vitalität Und Entwicklung Gehemmt Während Natürlich Die Sachsen Die Jetzt In Britannien Neues Land Eroberten Mit neuen Kulturen In Berührung Gamen Sich Schneller Entwickelt Haben Alfred Der Große Beispiel Ist auch Wirklich Bekannt Als Ein Förderer Der Künste Und Wissenschaft Als Eine Hoch Es war Im Mittelalter Nicht Üblich Dass Könige Und Adelige Unbedingt Hoch Gebildet Waren Und Kultur Menschen gewesen Sind Auf Alfred Trifft Aber All Das Zu Hier sieht Man Mal Eine Rekonstruktion Sächsischer Krieger Während Natürlich In Deutschland Die Eigene Geschichte Mehr Oder Weniger Vergessen Ist Oder Mit Füßen Getreten Wird Ist Das Im heutigen England Ganz Anders Und Da Gibt Es Viele solcher Vereine Die Ganz Stolz Sind Auf Ihre Sächsische Vergangenheit Und Hier Mal Sächsische Krieger Nach Spielen Man Sieht Auch Bei Dem Mann In der Mitte Dass Da So Ein Sax Baumelt Und Die Anderen Haben Auch Alle Ein Sax Also Als Dieses Lange Messer Wenn Man So Will Das Erkennungszeichen Der Sachsen Krieger Und Man Sieht Schon Optisch Sie Sehen Sehr Ähnlich Wie Das Was Wir Uns Heute So Unter Wikingern Vorstellen Typische Germanen Krieger Das Hier Ist Auch Ein Ganz Berühmter Archäologischer Fund Der Helm Von Sutton Ho Man Hat In Südengland Im Sächsischen Siedlungsraum Ein Fürstengrab Aus Sächsischer Zeit Entdeckt Und Hat Man Diesen Helm Entdeckt Das Hier Ist Jetzt Eine Rekonstruktion Aber Auch Der Original Helm Unheimlich Gut Erhalten Und Das Ist Ein Prunk Helm Den Ein Sächsischer Stammes Fürst Getragen Hat Ist Schon Irgendwie Interessant Vor Allem Dass Der So Goldenen Schnurrbart Hat Lässt Vielleicht Einen Rückschluss Darauf Zu Was Für Bärte Die Sachsen Getragen Haben Finde Ich Auch Sag Ich Mal So Salopp Genauso Cool Wie Spartaner Helme Aus Der Griechischen Antike Also Unsere Sächsischen Krieger Waren Schon Wirklich Beeindruckend Hier Dann Auch Eine Zeichnung Die Versucht Bisschen Vielleicht Bisschen Kitschig Sächsische Krieger Zu Rekonstruieren Wo Dann Einer Diesen Berühmten Helm Von Sutton Ho Trägt Und Die Anderen Stilistisch Ähnliche Helme Die Fantasie Hat Ja Auch Etwas Mit Gespielt Aber Ich Woll Es Euch Mal Zeigen Auch Diese Darstellung Sehr Schön Sächsische Krieger Im Schildwall Der Schildwall Das War Die Formation In der Man In Frühmittelalterlicher Zeit Gekämpft Hat Bevor Das Rittertum Aufkam Die Gepanzerten Reiter Aber Auch Da Haben Die Sachsen Dann Eine Große Rolle Gespielt Aber Dazu Dann An Späterer Stelle Etwas Mehr Das Hier Ist Auch Ein Schönes Marzialisches Bild Und Das Sind Alles Bilder Von Englischen Webseiten Das Hier Zeigt Jetzt Übrigens Hier Eine Weibliche Kriegerin Essel Flat Die Lady Of Mercia Merzien Das War Eins Dieser Königreiche Der Angeln Was In Konkurrenz Zu Wessex Stand Und Da Gab Es Eine Berühmte Königin Die Gegen Die Wikinger Gekämpft Hat Also Es Gab Auch Eine Tradition Von Kriegerinnen Oder Starken Frauen Bei den Germanen Sehr Schön Das Hier Ist Auch Ganz Toll Diese Angelsachsen In Britannien Die Haben Mit Einem Runen Alphabet Geschrieben In Der Anfangszeit Ihrer Kultur Und Da Ist Noch Einiges Von Erhalten Und Das Finde Ich Einfach Schön Das An Dieser Stelle Mal An Zusehen Also Weil wir Die Runen Häufig Mit den Wikingern Heute In Verbindung Bringen Aber Runen Waren Im gesamten Germanischen Raum Verbreitet Ist Wobei Nicht Nur Dort Es Gibt Ja Sogar Bei Turk Völkern Runen Also Runen Wären Noch Mal So Ein Thema Wo Die Jetzt Eigentlich Wirklich Herkommen Aber Sie Waren halt Auch In Britannien Verbreitet Was Auch Interessant Ist Literarische Quellen Es gibt Ein Helden Epos Aus Sächsischer Zeit Aus Britannien Beowulf Beowulf Hat Man Vielleicht Schon Mal Gehört Es Gibt Auch Hollywood Verfilmungen Und Das Ist Wirklich Ein Sächsischer Sagenstoff Verlassen Wir Doch Einmal An Dieser Stelle Den Britannischen Kulturraum Und Die Geschichte Der Dort Ansässigen Sachsen Und Kehren Wir Einmal Zurück Zum Kernland Der Sachsen Also Nach Deutschland Und Deutschland Hat Es In Dieser Zeit In Der Spätantike Noch Gar Nicht Gegeben Es Gab Verschiedene Territorien Auf Den Germanen Völker Ansässig Waren Nördlich Des Limes In ihrer Angestammten Heimat Südlich Des Limes Auf Boden Des Römischen Reiches Und Es Hat Sich Dann Im Rahmen Der Völker Wanderung Und Verschiedene Königreichs Bildungen Und Kriegen Letztlich Haben Sich Dann Die Franken Als Die Absolute Großmacht Heraus Gebildet Und Wir Sehen Hier In Blau Das Franken Reich Das Wäre Auch Gegenstand Noch Mal Einer eigenen Sendung Und Die politische Ordnung Europas Geht Zu Einen Großen Teil Mehr Oder Weniger Auf dieses Franken Reich Wie Gesagt Zurück Wir Wollen Heute Auf Die Franken Gar Nicht Näher Eingehen Sie Sind Aber Sowas Wie Die Militärische Supermacht In Europa In Dieser Zeit Und Die Franken Erobern Dann Nach Und Nach Wirklich Weite Teile Europas Hier In Blau Sehen Wir Schon Die Ausdehnung Des Franken Reiches Beim Tod Von König Pippins Rot Das Sind Dann Die Eroberungen Die Unter Karl dem Großen Statt Finden Und Dieses Gelb Ocker Farben Gebiet Das Sind So Territorien Die Nicht Erobert Werden Die Aber Zu Vasallen Staaten Werden Die Abhängig Werden Vom Franken Reich Und Interessant Ist Wir Sehen Wenn Wir Ins heutige Frankreich Gucken Also Im Und Die Britannie Ist Nicht Teil Des Franken Reiches Hat Auch Heute Noch Innerhalb Frankreich Eine Kulturelle Sonderstellung Und Wieso Heißt Jetzt Britannie Also Nach Britannien Benannt Das Hat Den Grund Als Die Sachsen Angeln Und Jüten Britannien Erobert Haben Was Ich Euch Eben Gezeigt Hab Ist Ein Teil Der Kälte Römischen Bevölkerung Geflohen Also Die Eine Wanderung Wanderungsbewegung Löst Die Nächste Wanderungsbewegung Aus Und Die Sind Dann In Diese Region Der heutigen Britannie Geflohen Und Haben sich Dort Nieder Gelassen Deshalb Heißt Diese Region eigentlich Britannien Liegt Aber In Frankreich Auch Sehr Interessant Wir Sehen Jetzt Schon Auf dieser Karte In dem Rötlichen Bereich Also Dem Bereich Was Von Karl dem Großen Erobert Wird Dass Auch Der Siedlungsraum Der Sachsen Dazu Gehört Karl Der Große Unterwirft Die Sachsen Zumindest Die Altsachsen Im heutigen Niedersachsen Und Die Sind Aber Nicht Sonderlich Schwach Sondern Die Sind Eigentlich Von Allen Völkern Und Reichen Die Karl Der Große Erobert Mit Abstand Die Die Am Vehementesten Widerstand Leisten Und Auch Den Franken Vereinzelt Schwere Militärische Niederlagen Zufügen Am Anfang Noch Vor Karl dem Großen Waren Die Franken Und Sachsen Verbündet Und Haben Zusammen Das Reich Der Thüringer Unterworfen Das Ging Auch Schrittweise Es Fing Schon So 531 An Und Dann Aber Irgendwann Wendete Sich Das Blatt Die Franken Haben Angefangen Zu Versuchen Die Sachsen Zu Unterwerfen Und Muss Aber Auch Dazus Sagen Das Sächsische Militärverbände Ähnlich Wie Sie Ja Auch Als Seeräuber Tätig Waren Immer Wieder Auch In Fränkisches Gebiet Eingefallen Sind Und Da Geplündert Haben Also Die Sachsen Waren Jetzt Auch Nicht Unbedingt Ein Friedlicher Nachbar Für Die Franken Und Diese Sachsen Kriege Die Von Karl dem Großen Die Gehen Um Ein Zeitraum Von Circa 30 Jahren 30 Jahre Braucht Er Um Das Sachsenland Zu Unterwerfen Also Das Ist Ein Militärisches Lebenswerk Und Das Zeigt Aber Auch Wie Stark Die Sachsen Sind Das Beginnt Im Jahr 772 Nach Christi Und Endet So 804 Die Sachsen Kriege Das Ist Auch Nicht Ein Einzelner Großer Krieg Sondern Oft Ist Ein Fränkischer Armee Dort Eingefallen Hat Eine Burg Belagert Erobert Dann Haben Sich Sachsen Fürsten Unterworfen Die Treue Geschworen Und Als Die Fränkische Armee Abgezogen Es Gab Es Aufstand Dann Haben Sie Die Fränkische Garnision Abgeschlachtet Und Teilweise Dann So Sind Sie Wieder Ein Fränkisches Gebiet Eingefallen Also Es War Ein Wildes Hin Und Her Und Es Kommt Und Damit Beginnt Dieser Kampf Zu Ein Besonderen Ereignis Und Zwar Im Jahr 772 Zerstört Karl Der Große Die Irminsul Und Den Begriff Hat Man Vielleicht Schon Mal Gehört Die Franken Waren Wie Gesagt Christianisiert Schon Seit Längerer Zeit Und Auch Im Bunde Mit Dem Papst Die Sachsen Zwar Vom Blut Her Oder Von Der Kulturellen Herkunft Als Germanen Ihre Verwandten Waren Aber Noch Heidnisch Zumindest Die Sachsen Im Alten Kernland Die Angelsachsen Britannien Waren Ebenfalls Schon Christianisiert Nur Die Heidnischen Sachsen In Norddeutschland Die Hatten Überhaupt Gar Kein Interesse Daran Christianisiert Zu Werden Und Die Hatten So Ein Zentrales Heiligtum Das Ist Die Irminsul Und Die Irminsul Ist Eine Art Säule Man Weiß Nicht Mehr Wirklich Wie Sie Aussah Es Gibt An Den Externen Steinen So Reliefs Mit Einer Säule Wo Manche Forscher Glauben Das Zeigt Die Irminsul Es Gibt Darstellungen In Alten Kirchen Also Reste Ja Kulturelle Spuren Oder Spuren Im Kulturellen Gedächtnis Der Irminsul Existieren Noch Man Irminsul Eine Hölzerne Säule Oder Vielleicht Sogar Eine Steinsäule Oder Eine Metallsäule Tatsache Ist Das Zentrale Heiligtum Der Sachsen Gewesen Und Karl Der Große Zerstört Das Von Der Bedeutung Ist Irminsul Wahrscheinlich So Etwas Wie Die Welten Achse Oder Der Weltenbaum Bei Den Skandinavischen Germanen Den Wikingern Gab Es Ipdrasil Das Wird Verwandt Sein Mit Irminsul Was hier beginnt Ist Eigentlich Die Zerstörung Der Authentischen Kulturellen Identität Der Sachsen Sie Werden Christianisiert Natürlich Ist Das Christentum Dann Später Zentraler Teil Deutscher Kultur Aber Zu Dieser Zeit Kann Man Noch Nicht Von Deutscher Kultur Sprechen Es Gibt Noch Germanische Teil Kulturen Und Das Uralte Erbe Der Auch Indogermanischen Völker Diese Sächsische Mythologie Oder Die Germanischen Allgemeinen Die Ist Verwandt Mit Der Mythologie Der alten Griechen Bis Hin Zu Der Perser Und Inder Im Hinduismus Das Heißt Das Ist Wirklich Die Alte Welt Und Karl Der Große Als Vertreter Des Christentums Führt Dieses Mit Sachsenland Abhalten Und Dort Trifft Er Den Beschluss Ganz Offiziell Dass Die Sachsen Nicht Nur Unterworfen Werden Sondern Die Müssen Auch Das Christentum Annehmen Oder Sie Sollen Vernichtet Werden Also Auch Der Beschluss Eigentlich Zum Genozid Wenn Man Es Genau Nimmt Und Die Sachsen Beginnen Ab 777 Bis 785 Unter Einem Großen Anführer Auch Bekannt Als Sachsen Herzog Wie gesagt Die Sachsen Haben Keine Könige Sie Haben Aber Einen Herzog Denn Das Wort Herzog Bedeutet Der Der Vor Dem Heer Heer Zieht Der Anführer des Heeres Und Das ist Widukind Und Widukind Sehen Wir Hier Auf Dieser Statue Das Ist Natürlich Eine Kitschige Darstellung Mit So einem Auffälligen Helm So Wie Man Sich Anfang des 20. Jahrhunderts Oder Ende Des 19. Jahrhunderts Germanen Vorgestellt Hat So Ein Helm Hat Da Mit Sicherheit Nicht Gehabt Dass Ein Reiter Gewesen Ist Mit Lanze Das Passt Dann Schon Eher Zu einem Sachsen Und Der Name Widukind Ist Auch Interessant Klingt Jetzt Für Kinder 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 Heißt Wenn Der Widukind Heißt Heißt Der Kind Des Wald Oder Der Wolf Was Natürlich Dann Schon Eher Ein Passender Krieger Name Ist Und Herzog Widukind Leistet Wirklich Erbitternden Widerstand Und Es Kommt Dann Sogar 782 Bei Sündel Zu Einer Ganz Schweren Niederlage Wo Ein Fränkisches Heer Vernichtet Wird Aber Karl Der Große Recht Sich Der Er nimmt Dann Ganz Viele Sachsen Gefangen Und Der Legende Nach Lässt Er Bei Werden An Der Aller Das Ist Auch Bekannt Als Das Blutbad Von Werden An Die 4500 Sachsen Oder Sächsische Krieger Hinrichten Das Für Damalige Zeiten Unglaubliche Zahl Ist Ist In Der Forschung Umstritten Ist Allgemein Schwieriges Thema So Überlieferte Zahlen Wenn Es Auch Um Die Größe Von Armeen Geht Stimmen Die Stimmen Die Nicht Oft Werden Die Heute Von Der Modernen Geschichts Forschung Immer Runter Gedreht Und Das Heißt Dann Immer Das Waren Doch Weniger Auf Der Anderen Seite Wer Weiß Es Denn Wirklich Vielleicht Stimmen Die Quellen Auch Vielleicht Waren Es sogar Mehr Auf Jeden Fall 782 Das Schicksals Jahr Die Franken Werden Einmal Geschlagen Aber Es Gibt Von Karl dem Großen Eine Schreckliche Rache Und Dann Gibt Es Die Geschichte Irgendwann Muss Widukind Sich Dann Doch Beugen Und Obwohl Er Selbst Weiter Widerstand Leisten Will Wird Er Dann Doch Aufgrund Der Brutalität Der Franken Gezwungen Sich Zu Unterwerfen Und 785 Wird Widukind Getauft Dazu Gibt Es Auch Eine Legende Dass Er Vorher Sich Mal Als Bettler Verkleidet In Eine Kirche Und Dann Er War Heide Er Einen Christlichen Gottesdienst Beobachtet Wäre Tief Beeindruckt gewesen Und Sei Dann Auf Sein Pferd Nachdenkend Durch Die Landschaft Des Sachsenlandes Geritten Hätte Sich Dann Gefragt Ob Sein Alter Glaube Oder Der Neue Glaube Der Richtige Sei Und Sein Pferd Hätte Dann Angehalten Und Mit Den Hufen Im Sand Geschart Und Einen Stein Aus Graben Das Gebaut Worden Sein Wie Auch Immer Wahrscheinlicher Ist Dass Er Durch Gewalt Gezwungen Wurde Und Das Videokind Sich Am Ende Hat Taufen Lassen Und Unterworfen Hat Um Sein Volk Zu Schützen Denn Wie gesagt Karl der Große Hat Einen Genozidalkrieg Gegen Die Sachsen Geführt Und Das War Eigentlich Jetzt Die Große Niederlage Von Videokind Gegen Karl Man Weiß Dann Auch Nicht Mehr So Genau Was Aus Videokind Geworden Ist Hier Sehen Wir Nochmal Versuche Ja Wie Die Irmin Sohl Wahrscheinlich Diese Weltensäule Ausgesehen Haben Könnte Als Weltensäule Oder Himmelsachse Oder Weltenbaum Ist Es Natürlich Im Prinzip Auch So Etwas Wie Die Germanische Entsprechung Des Kabbalistischen Baum Des Lebens Auf Der Ein Abbildung Auf Dem Das Vorgestellt Hat Oder Beziehungsweise Hier wurde So etwas Gefunden Was man Als Irmin Sohl Deutet Genau Weiß Man Es Nicht Es Gab Dann Auch Irgendwann Im Sächsischen Raum Eine Marien Säule Die Stand Bei einer Kirche Die Wurde Aber Mehrfach Versetzt Und Die Marien Säule Soll Dann Angeblich Also Eine Christliche Der Maria Geweihten Säule Da Und Nachdem Jetzt Also Die Sachsen Von Karl dem Großen In diesem Dreißigjährigen Krieg Unterworfen wurden Passiert Etwas Ganz Interessantes Es Bildet Sich Jetzt Innerhalb Des Fränkischen Reiches So Eine Art Stammes Herzogtum Sachsen Während Die Sachsen Vorher Ja Noch Ihre Demokratischen Strukturen Haben Hatten Oder Ich nenne Es mal Demokratisch Also Früh Demokratisch Urdemokratisch Sind sie Jetzt Natürlich In Dieses Monarchische Christliche System Eingebunden Und Dieses Stammes Herzogtum Das ist Das Was Wir Hier Auf dieser Karte Sehen Und Da Sieht Man Schon Das Gliedert Sich In Drei Teile In Engern Westfalen Und Ostfalen Ich hatte Es Schon Gesagt Falen Hat Auch Immer Mit den Sachsen Zu Tun Wir Haben Noch Nordrhein Westfalen Nur Die Bezeichnung Engern Und Ostfalen Sind Weggefallen Und Man Sieht Es Ungefähr Niedersachsen Und Schleswig-Holstein Und Hamburg Und Bremen Und Innerhalb Dieses Stammesherzogtums Kommt Es Jetzt Zu Einer Ganz Interessanten Entwicklung Die Sachsen Sind Unterworfen Ihre Alten Kultur Sind Sie Beraubt Sie Schaffen Es Aber Das Ist Interessant Jetzt Diese Fränkische Kultur Und Diese Frühmittelalter Kultur Die Christliche Zu Adaptieren In einem Zeitraum Von 100 Jahren Entwickeln Sich Jetzt Eigentlich Die Unterworfenen Sachsen Zu einer Großmacht Innerhalb des Frankenreiches Das Frankenreich Das wird Dann Ja Aufgeteilt Nach dem Tod Karls des Großen Es gibt Dann drei Teile Westfranken In der Mitte Lotharingen Und Ostfranken Und Aus dem Ostfranken Reich Entsteht Ja Später Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation Und Dann In Folge Dessen Deutschland Und Das Stammesherzogtum Der Sachsen Ist Nun Teil Dieses Ostfränkischen Reiches Und Innerhalb Dieses Verbandes Nehmen Die Sachsen Eigentlich Die Muss Man Sagen Vorrang Stellung Ein Das Heißt Sie Wurden Zwar Von den Franken Unterworfen Ihnen Wurde Auch Eine neue Kultur Übergestülpt Aber Sie Schaffen Es Dann Wieder Auf Die Beine Zu Kommen Und Sind Jetzt Als Unterworfene In dem neuen Staatsgebilde Die Nummer Eins Das Ist Auch Interessant Wie Vital Die Sächsische Kultur Doch gewesen Ist Und Wie Durchsetzungsstark Dieses Volk Und Hier Sehen Wir Dieses Heilige Römische Reich Oder Oströmische Reich Das Hat Auch Seine Form Seine Grenzen Oft Gewandelt Aber Der Rot Markierte Bereich Das Ist Dieses Stammes Herzogtum Sachsen Und Wir Kommen Jetzt Eigentlich Von Der Frühmittelalterlichen Phase In Die Hochmittelalterliche Und Die Sachsen Haben Jetzt Wie Gesagt Innerhalb Des Ost Römischen Äh Des Ostfränkischen Reiches Dieses Stammesherzogtum Und Auf den Britischen Inseln Haben Sie Das Schrittweise Geeinte Englische Königreich Es Gibt Jetzt Also Zwei Voneinander Getrennte Unabhängige Politische Gebilde In denen Sachsen Leben Und Die Militärisch Wirklich Eine Große Stärke Haben Und Diese Militärische Stärke Führt Dazu Dass Das Sächsische Stammesherzogtum Auch immer mehr an politischem Gewicht Innerhalb des Ostfränkischen Reiches Oder dann später im Heiligen Römischen Reich Gewinnt Auf dieser Karte sehen wir das Heilige Römische Reich So um das Jahrtausend Herum Und wir sehen hier auch einen schraffierten Bereich Östlich vom Herzogtum Sachsen Das ist das Gebiet wo die Elbsslaven leben Und diese Elbsslaven So ungefähr So die Region dann der späteren DDR Die werden durch die Sachsen In über viele Jahrhunderte In vielen Feldzügen Unterworfen Und das ist dann auch der Beginn der sogenannten deutschen Ostkolonisation Das heißt Dass sich dann der deutsche Siedlungsraum immer weiter nach Osten schiebt Auf slavisches und später dann auch baltisches Gebiet Und Sich dann aus den Westslaven und deutschen Siedlern eine neue Volksstämme Wenn man so will Erwachsen In dieser Frühphase im Hochmittelalter sind das aber noch Gebiete Die jetzt durch die Sachsen unterworfen werden Und die heidnischen Slaven werden christianisiert Das ist insofern interessant Weil das was die Franken zuvor mit den Sachsen gemacht haben Machen die Sachsen nun mit den Elbsslaven Ja Sie haben es praktisch adaptiert Und es kommt jetzt innerhalb des Ostfränkischen Reiches Zu einer ganz besonderen Konstellation Denn im Jahr 919 Wird der Herzog von Sachsen Heinrich Zu Heinrich dem Ersten Er wird König Über das Ostfrankenreich Das bedeutet Ein Sachse sitzt jetzt auf dem Königsthron Und das circa 100 Jahre Nach der Unterwerfung durch Karl den Großen Sind die Sachsen jetzt zu neuer Macht aufgestiegen Und In diese Phase fallen die sogenannten Ungarn-Einfälle Die Ungarn oder auch Magiaren oder auch Madjaren Sind ein wildes Steppenvolk Was aus der Region rund um den Ural im heutigen Russland Nach Europa eingewandert ist Und wir kennen ja schon diese Reitervölker Es gab auch schon die Hunnen mit Attila Es gab dann zur Zeit Karls des Großen die Awaren Und nun sind es halt die Magiaren, die Ungarn Die als Heeresverband in Europa eingefallen sind Und die plündern jetzt ganz Europa Eigentlich in jährlichen Feldzügen Und hier auf dieser Karte Da sehen wir mal eingezeichnet die roten Pfeile Diese ganzen Plünderungszüge der Magiaren Und das hat auch einen Grund Warum die sich im heutigen Ungarn festsetzen Denn es gibt in Asien eine Steppenlandschaft Diese Steppe zieht sich dann auch von Kasachstan Also von der Mongolei über Kasachstan Über die Ukraine bis hinein auch Europa Und der westliche Ausläufer dieser Steppenlandschaft Ist in Ungarn, das ist die Pusta Das ist die einzige Steppe, die wir in Europa haben Und man braucht als Reitervolk Unglaubliche Weideflächen Für die vielen tausend Pferde Und andere Huftiere, die sie mit sich geführt haben Deshalb konnte so ein Reitervolk Nur in dieser ungarischen Steppe eigentlich existieren Man darf ja nicht vergessen Deutschland war ja ein Berg-, Wald- und Sumpflandschaft Dort hätten die ihre Pferde gar nicht ernähren können Und diese riesigen Herden halten können Deshalb haben die Ungarn, obwohl sie Nomaden sind In der ungarischen Pusta Ihr Hauptquartier Und brechen aber von dort ständig Zu diesen ganzen Plünderungszügen auf Und das Ostfrankenreich unter Heinrich Muss denen auch Tribut zahlen Und nicht wenig Die Ungarn sind militärisch überlegen Alle Reitervölker sind eigentlich in dieser Zeit Den anderen Volksgruppen militärisch überlegen Das liegt daran, dass sie eine besondere Kampfesweise haben Sie sind nicht nur zahlreich, sondern ihre Krieger sind Britten Die germanischen Krieger in dieser Zeit sind im Regelfall Fußkämpfer, Fußvolk Nur der Adel kämpft vielleicht vom Ross aus Und diese Reitervölker haben wie gesagt berittene Krieger Und sie benutzen Kompositbögen Kompositbögen sind praktisch state of the art in dieser Zeit Das ist die effektivste Fernkampfwaffe Und darüber hinaus haben sie intelligente Taktiken Und sind in der Lage eigentlich jedes europäische Heer oder auch Armeen anderer Nationen zu vernichten Das heißt, sie sind militärisch überlegen Sie sind aber nicht kulturell überlegen Als Nomaden haben sie keine Städte, keine feste Lebensweise Die an feste Orte gebunden ist Keine Schriftkultur Wobei ich sie jetzt auch nicht primitiv reden möchte Auch diese Nomadenvölker haben einen reichen kulturellen Schatz Aber es ist doch schon eine deutlich andere Kulturstufe Und das muss ich an dieser Stelle erklären Weil der Aufstieg der Sachsen innerhalb des Ostfrankenreiches Genau in diese Phase fällt Der Plünderungszüge der Magiaren Und es kommt dann im Jahr 923 zur Schlacht von Riade Unter König Heinrich dem Ersten Und da passiert ist, dass das allererste Mal Auch ein magiarisches Heer geschlagen wird Und das wird geschlagen, weil der Sachsenkönig Eine Kavalerie aufgebaut hat Der hat jetzt schwer gepanzerte Reiter in seine Armee integriert Und dadurch, ich will nicht sagen, dass das Kräfteverhältnis so weit verschoben Dass sie mit den Magiaren militärisch auf Augenhöhe waren Aber zumindest eine Einheit geschaffen, mit der er sich verteidigen konnte Und das ist so, diese Panzerreiter, die in dieser Zeit entstehen Das sind so die Vorläufer dann der späteren Ritter Also wenn man so will, eine Reaktion auf die Reitervölker Und deren Art und Weise zu kämpfen Und Heinrich entstammte dem Geschlecht der Lidulfinger Und das war eine sächsische Adelsdynastie Und er selber ist der erste bedeutende deutsche König Aber über ihn hinaus wächst eigentlich sein Sohn Das ist Otto der Erste, später auch Otto der Große Otto der Große ist wirklich der erste wirklich bedeutsame deutsche Herrscher Und zu seiner Zeit, wie gesagt, herrschen die Sachsen über ihr eigenes Stammesherzogtum Sie haben die Königswürde inne des Ostfrankenreiches Später wird Otto sogar in Rom zum Kaiser gekrönt In Nachfolge Karls des Großen Und die Lidulfinger, also dieses sächsische Adelsgeschlecht Beherrscht auch Bayern Die Bayern sind natürlich ein eigener Volkstamm Ebenfalls sehr stark und bedeutsam Ja auch noch bis heute Aber sie geraten jetzt auch unter sächsische Herrschaft Und wenn man das mal alles zusammenfasst Dann beherrschen die Sachsen jetzt praktisch ihr Stammesherzogtum Dann auch noch sehr direkt Bayern Sie sind Könige und Kaiser des Ostfrankenreiches Und auf den britischen Inseln haben sie das englische Königreich Und aus dem Grund habe ich diese Sendung ja auch Sachsen Großmacht aus dem Norden genannt Mit Otto dem Großen ist es so die Zeit, wo wirklich die Sachsen eine absolute Großmacht in Europa sind Und die Otto hat eine ganz interessante Geschichte Das wäre auch wirklich nochmal Gegenstand einer eigenen Sendung Ganz verwickelt seine Geschichte Aber interessant ist, dass die Ungarn Obwohl sie schon von seinem Vater von Heinrich einmal geschlagen wurden Weiterhin das Ostfrankenreich bedrohen Und die Ostfranken, also dieses gesamt frühdeutsche Staatsgebilde Die müssen Unmengen an Tributzahlen an die Ungarn Und Otto der Große, wie er dann später genannt wird Beschließt jetzt, dass Schluss damit ist Und es kommt im Jahr 955 zur Entscheidungsschlacht Das ist die Schlacht auf dem Lechfeld Und ihr könnt ja mal überlegen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer Ob ihr schon mal von der Schlacht auf dem Lechfeld gehört habt Wahrscheinlich viele von euch noch nicht Und das ist so eine absolute, ich muss es schon sagen Schande unseres Bildungssystems Die Schlacht auf dem Lechfeld Ohne dass ich jetzt Militarismus glorifizieren möchte Aber es ist eine der großen Schicksalsschlachten der deutschen Geschichte Eine Sternstunde unserer Geschichte Denn auf diesem Schlachtfeld werden eigentlich aus den Stammesherzogtümern In der Einheit könnte man sagen Das erste Mal so etwas wie Deutsche geschmiedet Ja, ein Zusammenhalt verschiedener Stämme Der sich einem äußeren Feind stellen muss Und siegreich davon kommt Es ist ganz interessant, diese Lechfeldschlacht Ich habe ein spannendes Buch darüber Von einem amerikanischen Militärhistoriker gelesen Ist auch wieder bezeichnet Da gibt es einen Amerikaner Der sich detailliert mit dieser deutschen Schlacht beschäftigt Aber es gibt von deutscher Seite Wird das Ganze natürlich überhaupt nicht thematisiert Ist völlig unbekannt Man kennt dann eher vielleicht die Schlacht von Hastings Als William the Conqueror England erobert Oder irgendwelche französischen Schlachten Aber hier ist es wirklich interessant Weil die Ungarn sind wieder mit einem riesigen Herr 955 plündernd in Deutschland eingefallen Diesmal in Bayern vor allem Und die Deutschen Oder wenn man das überhaupt schon so nennen kann Die Deutschen, die sich in der Ethnogenese befinden Also zur Ethnie erst zusammenwachsen Diese Stammesherzogtümer beschließen halt Sich zu wehren Die Sachsenkönige haben eine gepanzerte, schwere Kavallerie aufgebaut Und sie wenden eine interessante Taktik an Sie wissen natürlich, dass sie den Ungarn zahlenmäßig massiv unterlegen sind Die zeitgenössischen Chronisten sprechen von einem Verhältnis 1 zu 10 Ungefähr 10.000 deutsche Krieger Und Berittene Gegen ungefähr 100.000 Magiaren In der modernen Forschung werden diese Zahlen mal wieder angezweifelt Das wird dann alles runtergeschraubt Das spricht man dann von maximal 10.000 Magiaren Wie auch immer Ein riesen Herr, dem deutschen Herr, deutlich überlegen Und man lässt die Ungarn erstmal ins Land kommen Man spielt mit dem Raum Ähnlich machen das die Russen auch im Zweiten Weltkrieg Mit den Deutschen Lässt den überlegenen Gegner erst einmal eindringen Und die Magiaren plündern Die sind am Plündern Die plündern in Bayern Und sind natürlich reich beladen Jeder dieser magiarischen Krieger Der hat vielleicht zwei bis drei Pferde mit sich geführt Die sie auch gewechselt haben Eins ist ja geritten Die anderen Pferde Die haben dann die ganzen Dinge, die sie geplündert haben Getragen Und das heißt, nach dem Plündern Ist so ein Reiterherr natürlich langsamer Das ist jetzt auf dem Rückzug Und ist schwer beladen Und da haben dann die Deutschen Die Magiaren auf dem Lechfeld Zur Entscheidungsschlacht Praktisch gezwungen Und ihn aufgelauert Und jetzt war es aber so Dass auch das Wetter zur Hilfe kam Es soll extreme Regenfälle gegeben haben Die Flüsse sind geschwollen Und der Regen hatte einen Effekt Wenn Kompositbögen Und das war halt die Superwaffe der Reitervölker Wenn die Sehnen nass werden Funktionieren die nicht mehr Ähnlich wie bei Schießpulver Oder nicht mehr so gut Das heißt, es kann sein Dass diese Regenfälle auch dazu führten Dass die Ungarn ihre überlegenen Bögen Nicht mehr nutzen konnten Und sich dann praktisch Einem Kampf eins gegen eins stellen mussten Und da waren dann wiederum Die gepanzerten Reiter der Deutschen überlegen Die andere Geschichte ist auch die Man geht in der Forschung davon aus Dass es nicht nur eine Hauptschlacht war Sondern viele kleinere Gefechte Sich dem auch anschlossen Weil die fliehenden Ungarn Dann immer die Flüsse überqueren mussten Und die waren jetzt durch die Regenfälle Auch geschwollen Das heißt, da sind wahrscheinlich auch einige ertrunken Und man hat ihnen dann an den Flüssen Auch aufgelauert Und sie dort praktisch Wo sie verwundbar sind, ausgeschaltet Wir sehen hier auf diesem Bild glorifizierend Otto den Großen, den Sachsenkaiser Wie er jetzt in die Schlacht reitet Und tatsächlich, es war noch eine Zeit Als Monarchen an der Spitze ihrer Armeen Ins Feld zogen Und die Legende sagt Dass Otto der Große in dieser Schlacht Die heilige Lanze führte Die heilige Lanze ist eine christliche Reliquie Das ist die Lanze, mit der Longinus Jesus in die Seite gestochen haben soll Das war dann auch später Praktisch sowas wie ein Nationalheiligtum Der Deutschen Sie war dann auch teilweise mal in Polen Eine Zeit lang Gehörte den polnischen Königen Dann den österreichischen Kaisern Und diese Schlacht Diese heilige Lanze Hat Otto der Große mit in die Schlacht geführt Oder zumindest angeblich Und das Ergebnis Der Lechfeld-Schlacht War dann Weichenstellen für zwei Völker Zum einen hat es die deutschen Teilfürstentümer noch mehr zusammengeschweißt Ein äußerer Gegner, der so schrecklich war Und bedrohlich wie die Magiaren Hat natürlich dazu geführt Dass man zusammenarbeiten und zusammenhalten muss Also zur Zusammenführung Der germanischen Stammesherzogtümer Zu einem deutschen Volk Einer frühdeutschen Nation Hat diese Schlacht beigetragen Sie war aber auch für die Ungarn Richtungsweisend Denn Otto hat die Ungarn Nach der Niederlage Gezwungen Das Christentum anzunehmen Und sie waren so geschwächt Dass sie seitdem nicht mehr plündernd umherzogen Sondern sich dann in der Steppe Rund um die Puste Also im heutigen Ungarn Angesiedelt haben Und als christianisiertes Volk Wurden sie Teil der europäischen Völkerfamilie Und wären die Ungarn vielleicht siegreich gewesen Oder nicht zwangschristianisiert Vielleicht wären sie wie die Awaren Oder wie die Hunnen Im Dunkel der Geschichte verschwunden Insofern war das zwar für die Ungarn Eine schreckliche Niederlage Auf der anderen Seite Aber auch im gewissen Sinne Die Geburtsstunde dann ihrer Nation So wie ja auch die Niederlage der Sachsen Gegen die Franken irgendwo Auch die Geburtsstunde Dann des mittelalterlichen Sachsentums war Welches Große Macht erlangt hat Aber wie gesagt Otto der Große Und die Otonen Dann gab es noch mehrere Also noch Otto den Zweiten Und den Dritten Und Heinrich der Zweite Das war dann der letzte Judolfinger oder otonische Herrscher Der bis 1021 gelebt hat Das ist praktisch der Zenit Der Macht eigentlich der Sachsen Da sind sie wirklich Großmacht in Europa Hier auch nochmal eine schöne Darstellung Dann ein magiarischer Krieger Und ein deutscher Frühdeutscher Panzerreiter Im Zweikampf Man sieht auch der Magiare Hat den Bogen in so einer Tasche Er kann ihn nicht benutzen Muss mit dem Schwert kämpfen Und da unterliegen sie im Kampf Mann gegen Mann So wir verlassen jetzt mal das Mittelalter Und machen einen riesigen Sprung Um mehrere Jahrhunderte Das heißt im Klartext Wir lassen jetzt die weitere Geschichte Des Stammesherzogtums Sachsen Außen vor Das ist zum einen schade Weil diese Sendung ja die sächsische Geschichte behandelt Zum anderen Mir ging es vor allem um die Frühgeschichte Das heißt mit Otto dem Großen Und den Otonen Wo die Sachsen so auf dem Zenit ihrer Macht sind Da kann man diese Frühgeschichte der Sachsen Dann auch enden lassen Die Geschichte geht natürlich noch weiter Das Stammesherzogtum Sachsen Erlebt dann nochmal In der Zeit von Friedrich Barbarossa Auch nochmal eine Blüte Und das ist dann die Geschichte Rund um Heinrich den Löwen Der Gegenspieler Friedrich Barbarossas Der dann unterliegt Interessanterweise dann nach England flieht Wohin auch sonst Wohin sollte ein Sachsenfürst sonst fliehen Aber das wären alles Stoffe Für nochmal einzelne Sendungen Mir ging es ja nur darum Euch einmal diese Sachsen als solche vorzustellen Dass man versteht Woher die eigentlich kommen Mit diesem Heinrich dem Löwen Der dann gegen Friedrich Barbarossa Da unterliegt im Machtkampf Da wird dann infolgedessen Das Stammesherzogtum Sachsen irgendwann aufgelöst Es bildet sich dann aber über die Jahrhunderte Das sogenannte Königreich Hannover heraus Und ihr seht schon hier auf der Karte Das Königreich Hannover Entspricht erneut ungefähr dem Bundesland Niedersachsen Und es ist ungefähr deckungsgleich Mit könnte man sagen Dem Großteil des ehemaligen sächsischen Stammesherzogtums Oder dem Siedlungsraum der Altsachsen Und wir sind jetzt so im 18. Jahrhundert Und da passiert was Interessantes Der Kurfürst Georg Ludwig von Hannover Der wird König von England Und daraufhin folgt eine lange Periode Also fast 100 Jahre Wo dieses Königreich Hannover Und das Königreich England Beziehungsweise Großbritannien Eine Personalunion bilden Weil sie denselben Monarchen haben Und das sieht man hier auf dieser Karte Und das finde ich interessant Dass im 18. Jahrhundert Sich so eine politische Konstellation herausbildet Denn letzten Endes England und das Königreich Hannover Sind die alten sächsischen Länder Und dass die dann im 18. Jahrhundert Nochmal eine politische Einheit bilden Das finde ich interessant Warum das so ist Weiß ich nicht Es könnte einfach Zufall sein Vielleicht gibt es auch ein morphogenetisches Feld Innerhalb der Geschichte Was solche Konstellationen erzeugt Aber das ist doch irgendwie beachtlich Dass da immer diese Verbindung ist Auch noch im 18. Jahrhundert Hier sehen wir dann Auch nochmal das Wappen Des Königreichs Hannover Unten mit dem weißen Pferd der Sachsen Und daneben sehen wir Das heutige Wappen von Niedersachsen Wo auch das sächsische Pferd zu sehen ist Das hier ist auch nochmal eine interessante Karte Deutschland direkt nach dem Zweiten Weltkrieg Und was wir hier sehen Sind die Besatzungszonen Und auch die Gebiete Die dann von Drittstaaten annektiert wurden Und was man sehen kann Oben links Das ist die britische Besatzungszone Und die britische Besatzungszone Erstreckt sich jetzt erneut Über Norddeutschland Bis nach Westdeutschland hinein Aber im Prinzip Ist es wieder das alte Sachsenland Diesmal umgekehrt Von den Engländern erobert Aber man könnte in einem gewissen Sinne sagen Die Angelsachsen Haben jetzt Altsachsen besetzt Ich will da nichts dran schönreden An der Besetzung Deutschlands Wer mich besser kennt Weiß ja wie kritisch ich dem Bis heute gegenüberstehe Aber es ist schon interessant Dass jetzt die Besatzungszone der Briten Ausgerechnet Auch das alte Stammland der Sachsen Umfasst Das wollte ich euch hier Einfach nur nochmal gezeigt haben Ja jetzt sind wir langsam am Ende Unserer Reise In die spannende und auch geheimnisvolle Welt der Sachsen Angelangt Wir haben Einen Schnelldurchlauf Eigentlich durch die Frühgeschichte Der Sachsen gemacht Wir mussten natürlich Wie so oft bei YouTube Sendungen Vieles auslassen Ich hoffe es hat euch trotzdem Begeistert Und interessiert Und ihr könnt vielleicht Irgendwie mein Feuer Für diese Thematik nachempfinden Ich finde es ganz spannend Einmal diese Wurzeln Unserer deutschen Geschichte Und Vergangenheit So nachzuzeichnen Mal aufzuzeigen Wie die größeren Zusammenhänge sind Natürlich muss man dann Abstriche bei den Details machen Aber auf der anderen Seite Entsteht auch ein interessantes Gesamtbild Und die Geschichte Der Sachsen Und des sächsischen Volkes Ist für die gesamteuropäische Und damit die abendländische Geschichte Äußerst wichtig Denn sowohl Der norddeutsche Raum Und Deutschland Als solches Sind ein kulturelles Schwergewicht Als auch natürlich England Heute spricht man ja immer noch Wenn man von Engländern Und Amerikanern Als in der Welt wirkende Militärmacht spricht Von den Angelsachsen Was noch zu erwähnen wäre Wäre vielleicht der sprachliche Aspekt Während zu Beginn Eigentlich der Phase Als die Sachsen England oder Britannien besiedelten Die Sprache noch dieselbe war Wie die der Festlandsachsen In Altsachsen So hat sich das natürlich Dann mehr und mehr Auseinander entwickelt Vor allem Nachdem 1066 Die Normanen England erobert haben Haben sie viele Französische Worte mit in die englische Sprache Hinein gebracht Davor ähnelte das Englisch Wirklich ganz extrem Dem in Norddeutschland gesprochenen Niederdeutsch Noch heute ist Plattdeutsch Friesisch und Englisch Altenglisch vor allem Sind sehr ähnliche Sprachen Das heißt wir haben hier auch Einen Nordseegermanischen Sprachraum Und diese niederdeutsche Sprache Ist ja heute mehr oder weniger ausgestorben Vielleicht noch ein paar ganz alte Können Plattdeutsch sprechen Oder es wird in so Kulturvereinen gepflegt Aber ich kann mich erinnern Mein Großvater hat mir erzählt Als er in den 40er Jahren In Hamburg eine Lehre gemacht hat Dass dort auf der Arbeit Noch Plattdeutsch gesprochen wurde Also das Niederdeutsche Ist auch ein Teil deutscher Identität Was mehr und mehr verschwunden ist Ein anderer Aspekt Wo auch die sächsische Kultur Nein gewirkt hat Ist natürlich die Hanse Im Mittelalter haben die Hansestädte Den Handel in Nordeuropa dominiert Und diese Hansestädte Waren zum großen Teil Sächsisch Bremen Hamburg Dübeck Also viele dieser großen Hansestädte Oder die Sprache und Kultur Der hansischen Kaufleute War auch die sächsische Also das Niederdeutsche Wurde dort gesprochen Eine andere Geschichte Ist der sogenannte Sachsenspiegel Das ist eine Sammlung Deutscher Gesetze Von Eike von Rebko Aus dem 14. Jahrhundert Die auch sehr prägend war Für unsere Geschichte Also es gibt da noch viele Bereiche Wo die sächsische Kultur Hinein gewirkt hat Die sich aber lohnen würden Dann einzeln nochmal Behandelt zu werden Heute ging es mir einfach darum Mal diesen Schatz Deutscher Geschichte Zu heben Und ihn euch Überhaupt mal so zu präsentieren Denn ich bin mir ganz sicher Dass das für viele von euch neu war Und es war sicherlich nicht neu Weil ihr ignorant seid Sondern weil wir in Deutschland Einfach verdammt nochmal Nicht unsere eigene Geschichte Vermittelt bekommen Und wenn Immer nur in einem verzerrten Bild Wenn man an Schulen Diese Dinge nicht lernt Muss man sich halt auch nicht wundern Wenn kaum noch ein Deutscher Eigentlich weiß Wo wir herkommen Oder wie wir auch mit den anderen Europäischen Völkern Überhaupt verwandt sind Und verwoben sind Die sächsische Geschichte Zeigt uns wie gesagt Diese ganz enge Verbindung Zu England Und wie wir doch da Eigentlich Ein Stück weit Auch Brüdervölker sind Wenn man so will Umso tragischer Dann die vielen Kriege Ich denke jetzt mal Den ersten und zweiten Weltkrieg Vor allem Die zwischen diesen Nationen Ausgetragen wurden Auf jeden Fall Meine lieben Freunde Liebe Zuschauer Liebe Leute Ich bedanke mich Für eure Zeit Fürs Zuhören Und seid gespannt Auf weitere tolle Sendungen Die folgen werden Es werden noch manche Geheimnisvolle Geschichtsthemen ergründet Und in dem Sinne Liebe Freunde Ciao und bis bald